Und dann hat die Dame oder das Mädchen, die war also gerade 17 geworden, hat mir noch eine Visitenkarte gegeben. Da dachte ich, naja, was macht die das jedes Mal so? Aber wir haben uns dann die nächste Woche schon wieder verabredet und in der Zeit auch selbst in dieser Woche enorme Liebesbriefe schon geschrieben. Immer samstags verabreden sich die beiden und trotzdem schreiben sie sich gegenseitig mindestens zwei Briefe unter der Woche. Das war nicht nur so Hallo und ich habe gerade jetzt von der Schule oder so, sondern die gingen tiefer. Beziehungen zueinander und war also sehr, sehr viel. Ich habe einen Liebesbrief in einer kurzen Zeit acht Seiten geschrieben. Für mich war das herrlich, weil sie richtig ansprang. Und da war meine Frau ein idealer Partner. Und dann fing das auch an, dass ich natürlich Sachen, dann habe ich ihr ein Bild hingeschickt oder wir hatten auch einen kleinen Plastikdonald. Das war unser Talisman. Immer irgendwie eine Verbindung zu suchen. Oder ich war mal den ganzen Monat in Böblingen abgeordnet, aber auch in der Kennenlernzeit. Und dann habe ich also ein Vergissmannnicht-Blüte unter eine Briefmarke geklebt und ihr die Brief hingeschickt und überall immer so nette Sachen dabei. Und da war sie so Ansprechpartner. Und das war für mich und mein Gemüt der ideale Fall. Werter Monsieur, wer soll das bloß, wo soll das bloß hinführen, wenn sie Roswitha, sie heißt also Heidemarie Roswitha Nering, wenn sie Roswitha ohne H schreiben. Ich war ja grammatikalisch nicht so auf dem Hut, aber sie war ja schon, sie hat ja Abitur gemacht. Ich habe ja niemals Abitur gemacht und war aber im Moment noch Schülerin. Sie hat ja noch nicht mal Abitur, sie hat ja noch gelernt, war ja noch Schülerin. Das hat ja erst, glaube ich, ein Jahr später. Wenn Roswitha ohne H schreiben und wenn ihnen ganz beiläufig ein Du aus der Feder gleitet. Ein Fauxpas, für das sich Günther Nering bei Heidemarie im nächsten Brief entschuldigen muss. Früher war das ja so, dass man grundsätzlich erst mal Sie sagte. Man ging ja auch mit Schlips zum Ball und so weiter, man zog sich auch vernünftig an. Ehe man dann Du sagte, ich habe das extra in meinen Liebesbriefen nochmal nachgeguckt, ab wann wir Du sagten. Das war also frühestens nach einem Vierteljahr. Und von wegen Kuss, ja also das ging ja lange, 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 lange nicht. Und dann gab es erst mal so den Handkuss. Also das war aber schon der Übergang. Das machte man nicht immer, ja. Aber dann küsste man sich erst ganz leicht vielleicht mal auf die Stirn. Entschuldigte sich vielleicht noch, dass man zu nahe gekommen ist und so weiter. Man ging zwar immer Arm in Arm, das war also schon üblich. Aber ehe man so die nächsten Beziehungen hatte, das ging dann schon eine ganze Weile, ja. Eine ganze Weile lang schreiben sich Günther und Heidemarie Briefe hin und her. Günther Nehring macht Komplimente und imponiert, nicht zuletzt mit seiner Studienreise nach Frankreich. Und da war das natürlich mein Thema. Ich war in Frankreich und hallo, Mademoiselle und so weiter. Also das hat ihr vielleicht auch noch imponiert. Und sie hat mich später in dem ersten Halbjahr immer als Monsieur betitelt. Später wurde aus dem Monsieur ein Monsi. Und dieser Name Monsi war ihr Leben lang der Rufname für mich. Also Günther gab es nicht, Monsi. 115 Liebesbriefe schreiben sich die beiden innerhalb der ersten vier Jahre, bis sie heiraten. Nach dem Tod seiner Frau lässt Günther Nehring sie in einem Buch drucken. Denn heute sind die Briefe ein Zeitdokument, was seine Frau für ihn auch ein Stück weit am Leben erhält. Diese Briefe, wenn man die dann so verfolgt, wie die dann auch immer persönlicher wurden. Da kommt ja dann auch, dann habe ich wohl irgendwann mal gesagt, naja, wenn Sie so sind und so. Und dann hat sie gesagt, verlassen Sie mich nicht. Ganz toll. Also ich könnte ewig hier rumlesen. Für Günther gibt es seit dem Ingenieursball nur noch Heidemarie. Also ich war ja voll konzentriert auf sie. Und ich wollte sie auch nie, nie, nie verlieren. Das war, sagen wir mal, wie so ein Anker. Und das hielt dann an über zwei Jahre. Danach musste sie dann leider nach Heidelberg zum Studium mit ihren Eltern. So quasi etwa zum Abschied haben wir uns dann doch verabredet, dass wir länger und weiter uns treu bleiben wollen. Und die Liebesbriefe sind dann noch vier Jahre weitergegangen bis zu unserer Hochzeit. Bevor Günther seine Heidemarie heiraten konnte, musste jedoch zunächst einmal der Schwiegervater um Erlaubnis gebeten werden. Und die Liebesbriefe sind dann noch vier Jahre. Vielen Dank.